Ich hab dir mal ein Bild geschickt, Magnus, ne? Das muss ich mir jetzt angucken, ja? Die Nase juckt den ganzen Tag schon so, ey. Die macht mich kirre. Wenn babe gets moist. Er hat Freddy vorhin gesagt, er soll mit mir zocken und dann hab ich angefangen, Penisbilder zu schicken. Aber ich hätte erst aufgehört, wenn er hier drin ist. Das ist immer so lustig, wenn er irgendwo... Das hat ein Kollege von mir gemacht, der hat immer so perverse Sachen geschickt, ne? Kannst du ja gegen WhatsApp auch nicht machen. Und wenn du mal eine Freundin hast und die auf dein Handy guckt, dann sieht andere ein Penisbilder... zu... Ach, Ektomorph? Nee. Deine flotte Runde ist die McCallboy. Hast du den Stream noch an? Ich? Ne, hab ich was gemacht. Wieso? Ah, irgendjemand gerade zuschaut. Also, warte mal, ich werde jetzt bei mir zu. Weil ich hier im Channel ist. Ja, ich bin ja nicht angemeldet. Ja, ich sehe ja neue Düse. Ne, ne, ich sehe dich dann, wenn du so guckst. Okay. Das ist getrennt. Wie du siehst nicht, kannst du mich dann beobachten? Oh, Rammstein. Onkelz. Fahrt zu. Hallo. Fahrt zu. Hallo. Mach das an. Ah, die blitzen die, ne? Wie gehen die denn? Äh, die blitzen die, ne? Äh, die blitzen die, ne? Fohlen, ey. Wie möglich? Hä? Gabi, ey, okay. Was ist meine Mutter? Äh, ne? Was macht ihr? Also, was macht ihr? ARD Text im Auftrag des Funk Musik 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 Das wollen wir nicht durchfalten. Wir wollen uns erst mal gegen die Genehmigung. Der ist doch nicht mal angehittet. Das mach ich. Also gleich nehm ich den. Der ist doch nicht mal angehittet. Awww. Das ist doch nicht mal angehittet. Wir können uns erst mal nachfalten. Das ist doch nicht mal angehittet. Die wollen sie ja auch nicht treffen lassen, ne? Ne, im Sprung ganz okay. Zwei, zwei, drei, drei. Oh, da, doch, doch. Oh, da, doch. Oh, da, ja, 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 ja. Oh. 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 There we go. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020